Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Super Meat Boy. Wir spielen Chapter 3 The Soul Factory Dark World Level 7. Wenn es funktionieren würde. Und diesmal habe ich mir vorgenommen, dieses Level einfach mal zu schaffen. Jetzt. Jetzt schaffe ich es. Ja. Dieses Level ist eigentlich ultra leicht. Gar nicht, wenn man sich so blöd anstellt wie ich. Ja, das... Oh. Ah, cool. Das habe ich auch noch nicht geschafft. Jetzt zeige ich euch was. Nee. Ich hole nämlich jetzt das Pflaster da. Ich habe lange trainiert. Moment. Irgendwie auf dieser Höhe. Oh, scheiße. Das war peinlich. Na, ha, ha. Okay, jetzt kein Mistbauen. Nein! Ja, ist egal. Ich habe gedacht, das würde jetzt so locker flockig vor der Hand gehen. Weil ich das Level geübt habe. Immer und immer wieder. Nur um euch jetzt zu zeigen, wie toll ich das Level kann. Ohne zu sterben. Mit dem... Oh. Steamless grüßen. Mit dem Flas... Oh nein! Nein! Was zum Teufel? So, jetzt aber. Nee, komm schon. Das kann doch nicht wahr sein. Das verstehe ich nicht. Das klappt auch auf dieser Seite. Wumm! Yeah! Da fehlen mir jetzt langsam die Worte. Ja! Ja! Nein! Oh, fuck! Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ach, Mensch! Verdammter Mist. Nein! No! Ach, tsch! Ich bin ja froh, dass ich das mit dem Pflaster irgendwie hinkriege. Ach, vergessen wir das! Ach, was mache ich da? Juh, die ist gut. Wieso kriege ich diesen Schlüssel jetzt plötzlich nicht mehr? Boah, ey, ich halte... Nee, zu hoch. So. Nein! Ach! Komm schon, komm schon, komm! Nein! Ich check's nicht. Ach, Mann! Das ist so knapp, so unglaublich knapp jedes Mal. Ach, Mann! Das ist so knapp, so unglaublich knapp jedes Mal. Ach, Mann! Das ist so knapp, so unglaublich knapp jedes Mal. Das ist so knapp. Aber das Pflaster hat mich berührt. Klasse! Ja, nein! Nein! Ach, verpflegst, warum... Ich hab irgendwie... Nee, heute ist der Boden drin. Ich will das ja auch unbedingt mit Pflaster schaffen. Ha, und den Schlüssel verfehlt. Ach, maaaannn. Okay, jetzt aber. Ich mein's verdammt ernst. Nein! Verdammt! Warum spiele ich das überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob... Das ist bestimmt eine der am häufigsten gestellten Fragen bei den... ...Super Meek Boy Let's Player. Warum spiele ich dieses Spiel überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich tue es auch. Ich reg mich auf. Ich hasse das Spiel. Ich find's eigentlich... Eigentlich find ich's geil, aber irgendwie hasse ich's auch. Ich weiß nicht, warum. Es ist... Es ist... Zum Kotzen. Boah. Hört auf dieser Höhe... Ja! Ja! Boah, ich bin glücklich! Ich bin glücklich! Okay, nächstes Level. Was ganz Neues. Ach, ja. Hallo, hier handelt es sich um eine Salzfabrik. Um nichts... Oh, eine Warpzone. Um nichts... Was man wirklich... Oh. Was man wirklich... Es ist so hell. Ich seh das überhaupt nicht. Was man beschützen müsste. Aber es ist schön. Jetzt seh ich mal wenigstens was Neues. Ah, das ist ein Laufband! Ich komm da nicht hoch! Oh, kacke! Ja. Ach, ist das schön! Es ist schön, mal was Neues zu sehen. Ja. Das gerückt auch gleichzeitig so ein bisschen den Nerven. Das war auch ein Laufband. Ja. Oh Gott! Wieso ist da auch einer? Oh, holy shit! Holy shit! Ich will die Warpzone nicht. Ich scheiße auf die Warpzone. Ich will zu Bondage... Bandage, girl. Ich hab mir das echt angewöhnt. Klatsch! Da geht unser Stück Fleisch in die Luft. Ja, fang mich doch. Fang mich doch. Du kickst mich nicht, Freundchen. Der hier tut das. Ah, no meat for you, my friend. Komm schon! Ah, du auch nicht! Oh, das... Ah, ihr seid so schlecht. Oh Gott, ich könnte ausrasten. Nächstes Level. Nächstes Level. Nächstes Level. Déjà vu. Oh. Oh. Ah, ja, ja, ja. Äh... Ja, das haben wir gleich. Ach, scheiße. Lalalala. Oh. Ach, Misti-Kacki. Ja, herrlich.